Ein Extrembergsteiger in der Lausitz, in Cottbus, im Weltspiegel. Wie kommt es dazu? Ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut über die Einladung. Ich war bereits vor einigen Jahren hier und in der Umgebung immer wieder mit meinen Vorträgen. Und ich muss auch sagen, das fasziniert mich, wie viel Begeisterung ich da immer spüre. Und dann kommt man natürlich umso lieber. Dann macht es eigentlich viel, viel mehr Spaß. Und heute Abend war es ein ganz toller Abend. Hat Spaß gemacht. Neben dem ganzen Spaß haben Sie Ihren Film präsentiert, kann man das so sagen? Ja, der Film, das war eine große Baustelle natürlich. Zwei Jahre haben wir daran gearbeitet, ein bisschen so eine Autobiografie, die Höhen und die Tiefen vom Leben, wo man versucht hat, ein bisschen anzusprechen. Und eigentlich die Botschaft für mich in diesem Film wäre, einfach den Leuten zu sagen, wenn es aber nicht so glatt geht, wenn man aber irgendwo anstoßt im Leben, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken soll und jammern, sondern einfach versuchen, nach vorne weg zu gehen. Das ist viel, viel besser, hilft viel mehr. Das hängt ja auch mit der Geschichte zusammen. Also es ist keine Komödie, alles andere als das. Ist das für Sie auch eine Art Verarbeitung gewesen, dessen, was da passiert ist damals? Ja, natürlich das wieder zurückkehren zum Mannersloh, wo ich damals so gelitten habe, weil es ist schon das Schlimmste, was passieren kann, mit zwei ganz, ganz engen Freunden Richtung Gipfel aufzubrechen und dann Tage später allein zurückkehren. Die Leute, die Kollegen bleiben oben am Berg liegen. Und da geht man schon heim und da ist man unten in einem tiefen Loch. Das ist zu hart. Und ich habe zu lange gezögert, um wieder zu diesem Berg zurückzukehren. Und ich hätte es ja darauf sofort wieder hinfahren sollen, das wäre sicher besser gewesen. Ich hätte es leichter aufarbeiten können, aber da habe ich sehr geliebt in die Jahre. Wie kam das zustande? Also wurden Sie gefragt, ob Sie darüber einen Film machen möchten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, es war eigentlich so. Vor eigentlich ein paar Jahren, da war ich auch in Nepal und wir haben eine Erstbegehung versucht, auf einem unbestiegenden Berg, den Chasemba. Und da ist bei der Vorbereitung, bei der Akklimatisierung, mein Freund Pugalo ist beim Abseilen, mitsamt dem Seil, tödlich auf Storz. Und für mich war das ein Horrorabstieg. Plötzlich der Freund weg, das Seil weg und ich musste einfach runter, auf Biegen brechen. Und wenn ich unten war, dann musste ich natürlich genauso wie am Mannersflug damals die Nachricht übermitteln. Und das ist schmerzhaft. Da sucht man noch passende Sätze und die gibt es einfach nicht. Kommt dann die Erinnerung auch zurück? Ich muss mich mal eingreifen. Also wenn das wieder passiert, kommt dann diese Erinnerung zurück? Nein, es war eigentlich so. Es war ein bisschen ähnlich wie damals am Mannersflug. Aber nur der Unterschied war, ein guter Freund hat mich dann überredet, das Jahr darauf noch einmal zurückzukehren. Und mit ihm bin ich wieder zurückgekehrt und mich um diese Erstbegehung erfolgreich beendet. Und am Gipfel war ich richtig glücklich und froh, dass ich da war. Und haben wir dann auch gedacht, Mensch, am Mannersflug, ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, ich hätte genauso wie am Jasemba wieder zurückkehren sollen. Viel besser. Und da ist dann die Idee. Und dann gehe ich noch einmal zum Mannersflug. Und als ich das bekannt gemacht habe, kam dieser Produzent Salmina auf mich zu und habe gesagt, er würde diese Geschichte, die sehr tief, ganz gern verfilmen. Aber ein bisschen im größeren Rahmen, ein bisschen in Autobiografie. Und jeden Tag, das freut mich natürlich sehr, weil das ist was Bleibendes. Aber ich habe ihm nur gesagt, ich möchte natürlich nicht, dass er allein einen Gipfel aufzählt. Das machen die meisten. Ich habe gesagt, wo immer wir das machen, dann müssen auch die Fehler, die ich gemacht habe, und das habe ich viele gemacht, Platz haben. Sonst ist alles unglaublich an sich. Und der Somos Rodin probiert. Und was mich bei diesen Filmaufnahmen am meisten gefreut hat, war die Jugendzeit noch einmal zurückzuholen. Am älterlichen kleinen Bauernhof, ganz ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Wie fast eine Albenhüfte, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Das war eine Zeit, die mich sehr fasziniert. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ich bin im Großen und Ganzen schon. Natürlich, wenn alles fertig ist, dann fällt einem immer wieder etwas ein. Und man denkt, oh, das hätte ich jetzt den Leuten gern erzählt. Aber man muss irgendwann einmal sagen, es ist Schluss, machen wir einen Schlussstrich und hoffen, dass wir den Leuten ein bisschen Motivation geben nach diesem Film. Den Bergfreunden auch ein bisschen Freude geben können. Und wenn das Feedback zurückkommt und das kam sehr tief, dann freut man sich schon. Der Film ist sehr hart geworden, natürlich auch. Es sind sehr harte Passagen drin, aber es ist natürlich auch ein bisschen Freude dabei. Kulturen, Leute, Nepal, Al-Waz, die Jugendzeit natürlich. Na, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, auf jeden Fall. Der läuft noch ein paar Tage, der Film? Ja, der läuft hier noch, das freut mich auch. Weil gerade in der Gegend, weil ich weiß, da sind so viele Bergfreunde da. Und die können nicht an einen Abend einfach herkommen, vor allem, wenn es schon am 6 Uhr abends stattfindet und viele noch erschaffen. Ja, wenn das jemand anschaut und ich kann etwas vermitteln, dann bin ich glücklich. Sie dürfen noch mal ein bisschen Werbung machen für den Film. Wenn jetzt jemand überlegt, sich den überhaupt anzuschauen, was würden Sie ihm sagen, warum er den anschauen sollte? Na, wenn, dann natürlich, ja, es soll ihm einfach ein bisschen Motivation geben. Vielleicht natürlich auch Ziele, die entstehen könnten. Ziele sind ja wichtig als Erinnerungen. Vor allem, wenn jemand im Leben ab und zu mal einen harten Moment hat, vielleicht hilft ihm dieser Film, wenn er diese Geschichten hört, den Weg nach vorne zu gehen. Das ist, dann hätte er den Zweck erfüllt, wo ich mich drüber freuen würde. Das ist ein super Schlusswort. Wir sagen Dankeschön und alles Gute weiterhin. Dankeschön auch. Untertitelung des ZDF. 2. Bevor 안녕. Dünnend. Dünnend. Untertitelung des ZDF, 2020